Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten aufblasbaren Matratzen 2021 vorstellen werde. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir das Lonvin Premium aufblasbare Matratzenbett mit einer eingebauten elektrischen Luftpumpe gewählt. Die Lonvin eignet sich gut für den Gebrauch zu Hause mit Gästen. Seine flexible Beflockung, die aus mehreren Schichten besteht, ist sehr bequem und angenehm. Darüber hinaus ist das Bett in der Lage bis zu 136 Kilo zu tragen. Diese Matratze ist mit einer elektrischen Pumpe von 220 Volt bis 240 Volt ausgestattet mit integriertem Wechselstrom. In diesem Fall können Sie die Matratze in Rekordzeit aufblasen und entleeren, bis Sie die gewünschte Festigkeit erreicht haben. Sie ist aus einem hochwertigen Material gefertigt und sehr pflegeleicht. Die doppelschichtige Konstruktion aus widerstandsfähigem Material sorgt dafür, dass sie ihre Form behält. Außerdem ist sie mit einer Höhe von 47,5 cm und in Maßen 196 x 97 x 47 cm für jeden zugänglich. Sie gibt Ihnen das Gefühl, auf eine richtige Matratze zu liegen und bietet die ganze Nacht über Stabilität und Komfort. Aber wir haben festgestellt, dass eine Pumpe laut ist. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, denn dort stehen Ihnen alle anklickbaren Links zur Verfügung. Auf dem dritten Platz haben wir das Intex Restbed Inflatable Bed Mattress gewählt. Bei den Eigenschaften dieses Intex aufblasbaren Ruhebettes ist vor allem zu erwähnen, dass es mit der FiberTech-Technologie ausgestattet ist. Diese bietet nicht nur den Vorteil eines hohen Komforts, sondern auch einer einzigartigen Festigkeit. Darüber hinaus verfügt es über eine weiche Beflockung auf der Ebene des Gewebes. Dies sorgt für maximales Wohlbefinden und einen weichen Effekt. Außerdem ermöglicht das integrierte Kopfkissen eine ideale Position für einen hohsamen Schlaf. Darüber hinaus verfügt das Restbed über eine automatische Aufblasvorrichtung, die es in wenigen Minuten funktionsfähig macht. So können Sie es ganz einfach an dem von Ihnen geplanten Ort aufstellen. Darüber hinaus verfügt die Aufblaspumpe über einen speziellen Raum für die Aufbewahrung des Stromkabels. Letzteres ermöglicht es Ihnen auch, die Matratze schnell und einfach zu entleeren. Und schließlich lässt sich das Intex-Bett im aufgeblasenen Zustand leicht transportieren. Stecken Sie es einfach in die mitgelieferte Tasche und nehmen Sie es während Ihres Urlaubs überall mit hin. Allerdings ist diese aufblasbare Matratze nicht mit mechanischen Aufblasgeräten kompatibel. Auf Platz 2 haben wir die elektrische aufblasbare Matratze Intex Queen Deluxe Pillow gewählt. In unserer Auswahl ist diese Matratze der Bestseller ihrer Generation. Viele halten sie sogar für die beste aufblasbare Matratze für 2021. Die Queen Deluxe Pillow vereint jedoch sowohl praktische Eigenschaften als auch Komfort. Es handelt sich also um eine Matratze, die Sie auf verschiedene Weise nutzen können. Zunächst einmal kann sie als Zusatzwert für Ihre Gäste dienen. Dann wie eine Campingmatratze. Dank des integrierten elektrischen Aufplatzgerätes und des weit öffnenden Ventils lässt sie sich in Rekordzeit, 4 Minuten, aufblasen und entleeren, ohne dass Sie sich dabei anstrengen müssen. Diese Queen Deluxe Pillow 2 Sitzermatratze verfügt über die FiberTech Technologie mit integrierten Kopfkissen. So profitieren Sie von Ihrem außergewöhnlichen Schlafkomfort. Darüber hinaus verfügt diese Intex über eine starke und robuste Dura-Beam-Hyperstruktur. Der Nachteil ist, dass diese Matratze Geräusche macht, wenn sie in direkten Kontakt mit dem Boden ist. Sie sollten also darüber nachdenken, sie auf einem Teppich zu legen. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf dem ersten Platz haben wir die aufflassbare Matratze mit integrierter elektrischer Pumpe Active Aera gewählt. Die Active Aera mit elektrischer Pumpe hat sechs interne Strukturen aus E-Trägern. So haben Sie eine Unterstützung, die bis zum Maximum standhalten wird. In der Tat ist es eine Technologie, die Ihnen eine vollständige Unterstützung für Ihren gesamten Körper garantiert. Außerdem bietet das integrierte, erhöhte Kissen dieser Matratze Ihrem Kopf und Nacken den traditionellen Schlafkomfort. Die mitgelieferte Reisetasche ermöglicht es Ihnen, die Luft abzublasen, sie zusammenzufalten und zu verstauen. Auf diese Weise lässt sie sich leicht verstauen und auch transportieren. So können Sie ihn mit auf Ihre Camping- oder Wandertour nehmen. Dank der integrierten und einfach zu bedienenden elektrischen Pumpe können Sie dieses Modell in nur drei Minuten aufblasen und so die volle Festigkeit erreichen. Allerdings wird in diesem Produkt ein relativ störendes Geräusch der Pumpe bemängelt. In diesem Fall ist es besser, als in der frühen Abendstunde aufzublasen, um die Nachbarschaft nicht zu stören. Nun lade ich Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um die vollständigsten technischen Eigenschaften zu erhalten und die besten Preise, die Sie für Sie im Internet gefunden haben. Wenn Ihnen dieses Video wie Ihrer Wahl geholfen hat, dann lassen Sie doch ein Like da. Es tut uns wirklich gut und abonnieren Sie den Top Tech-Kanal, um über weitere Videos informiert zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es war Top Tech. Ciao, ciao.